Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde APEX sozusagen. Los geht´s. Kommt noch ein Squad mit runter. Ja. Ja. Ich werde drauf gehen. Ich bin gegen Berg geklatscht. Ich habe wieder nichts getroffen. Ich habe auch den Kill geholt. Können wir sie flündern? Da ist noch einer, ja. Wo? Hier ist noch einer. Ich finde der Dumpendown hinter der Kiste. Alter, ich habe nur eine fucking PX 2020, Mann. Alter Vater. Junge, hier sind 20 Mann gestorben. Ich habe einen Kill. Ich auch. Team hat wieder auseinandergelegt hier. Hier ist dein Körperschild. Stufe 1. Nehme ich. Vielen Dank. Ich habe hier eine Anpassung. Feuer Mode. Feuer Mode ist das für die Prawler? Ja. Heile meine Freunde. Dann mobse ich mir die Prawler. Wo war die? Hier, gell? Wo ist denn die andere Kiste? Vielleicht leer? Ich habe irgendwas zum Heilen. Warte. Ne, ich habe eine Schildzelle. Oh, keine Ahnung. Ja, nehm die. Die brauche ich nicht. Okay. Danke. Oh, auf wenigstens mein teammate, der mitdenkt. Kommt auch nicht oft vor. Von warum gehen wir hier oben raus? Keine Ahnung. Ach ne, hier oben ist ein Ballon. Das ist ein, äh... In die Grube kam gerade wieder. Total. Da hinten. Ich bin der Tor. Ich bin der Tor. Ich bin der Tor. Meinen aus. Ich bin der Tor. Ich bin der Tor. verdammt hat eine schrotze jetzt hatte ich kein leben mehr wir alle zusammen da liegen auf einer stelle aber auch schöne runde mit 44 schaden ein kill hat schon gelohnt ein kill und 471 danke dass du mir dabei warst ich würde sagen bis zum nächsten mal